Man hat mir mal gesagt, sag einfach um was es geht in dem Video, das ist immer am besten. Und das mache ich jetzt in ein paar Worten. Heute geht es um Camper, heute geht es um Füllstand, heute geht es um ESP Home, heute geht es um Visualisierung, heute um Automatisierung und um mechanischen Einbau. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Smart Home & More. Mein Name ist Tobias Glerch und im heutigen Video, ich habe es gerade schon erwähnt gehabt, geht es um Camper, um Füllstand, Wasserfüllstand, aber auch Abwasserfüllstand kann man damit realisieren, ESP Home. Und was brauchen wir alles dafür? Zunächst einmal brauchen wir Home Assistant als Software, weil das ist die Basis in meinem Camper. Dann brauchen wir ESP Home. Was ist überhaupt ESP Home? ESP Home ist eine Software, eine Integration in Home Assistant, die es uns erlaubt, einen Mikrocontroller auf ESP-Basis, also zum Beispiel einen ESP32 habe ich jetzt hier gewählt, um diese zu verwenden, um Daten auszulesen. Und das Schöne ist dabei, das ist voll integriert in Home Assistant. Diese Integration ist in der Lage, uns Entitäten über den Code, den man dann halt generiert, und Funktionen, die es gibt, zur Verfügung zu stellen. Und das mit einfachsten Mitteln. Jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Hardware dafür. Angefangen von zum Beispiel einem Vemus D1 Mini, den kann man jetzt hier sehen, oder einen NodeMCU V3, jetzt hier in diesem Fall zu erkennen. Aber ich habe mich für den Camper für eine andere Variante entschieden, und zwar für den Atom. Man kann es an meinem Finger erkennen, das ist ein sehr, sehr kleiner ESP, der hier zur Verwendung kommt, und der hat den Vorteil, er hat ein Gehäuse. Zudem seht ihr hier vorne noch einen Stecker, den man auch verwenden könnte. Ich habe ihn jetzt leider nicht bekommen, deswegen nutze ich jetzt diese Pins, diese Verbindungselemente hier, mit entsprechenden Jumperkabeln, die man dann nutzen kann und einfach einstecken kann. Das heißt, das Ganze, was wir heute machen, wird ohne Löten funktionieren, und ihr könnt euch diese Lösung in euren Camper einbauen. Das sind diese Jumperkabel, die haben auf beiden Seiten jetzt in dem Fall männlich. Es gibt aber auch andere Varianten, die man verwenden könnte. Ich verlinke euch das alles in meiner Videobeschreibung. Was wir ebenfalls noch brauchen, ist ein Bug-Converter, weil wir haben im Camper ja 12 Volt, und ich habe mir gedacht, es gibt hier unterschiedliche Varianten, also wäre es nicht schlecht, wir handhaben das vielleicht einfach mal so, dass wir hier 8 bis 32 Volt handhaben können. Dann kann man das auch mit einer 24 Volt Batterie betreiben, also Eingangsspannung ist 8 bis 32 Volt. Dann haben wir eine Ausgangsspannung von 5 Volt und 3 Ampere. Das ist jetzt hier an dieser Stelle. Da muss man dann schauen, desto mehr Sensorik man dran hilft, dann muss man vielleicht das nächstgrößere Netzteil, also den DC-DC-Converter, verwenden, aber für unseren Anwendungsfall reicht das. Der Atom, den ich euch gezeigt habe, der hat hier ebenfalls die 5 Volt, wie man hier sehen kann, an zwei Stellen. Einmal auf dieser Steckerleiste hier vorne, aber auch genauso auf diesen Steckverbinder-Elementen. Passt ja wunderbar zu unseren 5 Volt, die wir jetzt hier an diesem DC-DC-Converter haben. Das heißt, wir können reingehen mit was wir wollen, mit 8 bis 32 Volt, also zwischen 8 bis 32 Volt, und kriegen immer konstant 5 Volt daraus. Somit kann auch nichts schief gehen, die Sensorik kann nicht kaputt gemacht werden. Wir brauchen jetzt auch noch eine Sensorik, die dann auch die Füllhöhe im Wassertank misst. Ich habe mich für einen kapazitiven Sensor entschieden, der über so zwei Elektroden in den Tank eingeführt wird. Die Elektroden werden gekürzt auf die entsprechende Länge. Dann wird ein Kondensator quasi über das Wasser aufgebaut. Wenn der Wasserpegel steigt, dann ändert sich der Widerstand des Kondensators. Dadurch hat man eine Messgröße. Dieser Sensor gibt dann halt die Werte auf seinen Ausgangssignalen aus. Das ist jetzt in diesem Fall ein Sensor von Votronic, ein Tankgeber. Der hat an der Stelle hier zwei, also einen Edelstahlstab und einen ummantelten Stab, der auch hier mit so einer Silikonhülle umgeben ist. Der ist für Trinkwasser geeignet, aber auch für Fäkalien und Abwassern, also egal für was ihr den verwenden wollt. Der wird damit funktionieren. Der hat einen Eingangsbereich von, ich meine, 8 bis 32 Volt waren das gewesen. Können wir aber nachher im Datenblatt auch noch mal genauer sagen. Das heißt, er passt wunderbar in diese gesamte Konstellation mit rein. Und hat jetzt hier diese drei Pins, diese drei Kabelenden. Und das sind einmal Plus und Minus, diese 8 bis 32 Volt. Ein, dieser grüne hier, das ist der Datenpin. Und der gibt uns einen Ausgang, Spannung von 0 bis 2,2 Volt. Und das passt perfekt zum Atom-Light, den ich hier euch vorgestellt habe. Dieser Atom-Light, wiederum, der kann am ADC, also am analogen Eingang, kann der von 0 bis 3,12 Volt lesen. Wir brauchen 0 bis 2,2 Volt. Das ist natürlich perfekt geeignet. Und so können wir das Ganze dann miteinander verbinden. Dass das mit dem Verkabeln auch funktioniert und wir nicht löten müssen, habe ich mir gedacht, nehmen wir jetzt einfach solche Vakuum-Klemmen, wie jetzt hier zu sehen. Da können wir die Kabel alle miteinander verbinden. Ihr werdet dann auch eine Stückliste bekommen von mir auf meiner Blog-Seite, wo das noch mal alles zusammengefasst ist. Diejenigen von euch, die löten können, können das natürlich selbstverständlich auch löten. Die können sich auch gerne eine Platine selber machen. Mir ging es jetzt darum, euch zu zeigen, wie kann man das Ganze machen, ohne dass man verdrahtungstechnisch und löttechnisch das zu kompliziert hat. Und ich denke, mit dieser Lösung sollte nahezu jeder in der Lage sein, das Ganze auch selber zu verdrahten. Was wir heute noch sehen werden, ist ein wenig Automatisierung dazu. Das heißt, wenn der Füllstand eine bestimmte Schwelle unterschreitet, dass wir eine Benachrichtigung bekommen. Das könnt ihr natürlich dann auch erweitern, so wie ihr das möchtet. Aber es wird auch eine Einbauanleitung geben. Und das ist ein Novum jetzt bei mir, dass ich mal eine Einbauanleitung mache. Ich habe mir dazu Hilfe geholt. Meine liebe Frau, die Sabrina, die unterstützt mich dabei. Ist für sie jetzt das erste Mal gewesen, dass sie da mitgemacht hat. Aber sie macht es mechanisch einfach besser, als ich es tue. Und deswegen, bevor wir da irgendwas kaputt machen, haben wir uns gedacht, macht es lieber, meine Frau. Also auch da freue ich mich drauf. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir mit dem Einbau zunächst einmal an und schauen uns dann an, wie wir das Ganze verdrahten, wie der Schallplan dazu ausschaut, was wir mit der Software machen müssen. Jetzt wird nicht mehr lang rumgeredet. Wir fangen mit dem Einbau an. Jetzt wollen wir mal ein wenig uns um den Einbau kümmern. Und dazu bin ich jetzt hier in unserem Camper. Und da schauen wir einfach mal, wie kriegen wir das jetzt da rein. Wie man jetzt hier schon sehen kann, könnte man sich vielleicht auch vorstellen, das Ganze im Deckel zu machen, dort reinzusetzen. Aber ich habe mich jetzt dagegen entschieden, das im Deckel zu machen. Ich denke mal, es ist besser, dass wir das direkt reinmachen. Das soll ja bei uns eine dauerhafte Befestigung sein. Das heißt, wir werden das an dieser Stelle hier einbringen. Unter Umständen könnt ihr es auch in den Deckel hier einbringen. Je nachdem, was für einen Deckel ihr habt. Der Vorteil ist davon, dass man den Deckel hinterher austauschen kann. Und wenn der Deckel austauschbar ist, hat das natürlich den Charme, dass man nichts beschädigt. Jetzt geht es an die mechanischen Elemente. Wie kriegen wir jetzt das Ganze da rein? Da meine Frau immer der Meinung ist, dass ich handwerklich nicht so gut begabt bin, habe ich sie jetzt gebeten, da heute mal mir zur Hand zu gehen und mich dazu unterstützen und zu zeigen, wie wir denn die Sonne da jetzt einbringen. Ja, schön. Und danke, dass du uns heute hier bei Hill ist. Du sagst ja immer, ich habe zwei linke Hände, was jetzt so die ganze Hardware, Mechanik und sowas betrifft. Ich bin eher der Softie. Und dann habe ich mir gedacht, dann frage ich dich einfach mal, wenn ich der Softie bin, ob du dann nicht den mechanischen Part hier übernimmst und mir das Loch da rein machst. Ja, das werde ich tun. Liebend gern. Dann ist es auf jeden Fall schön gemacht. Vielleicht zeigst du uns doch mal ganz kurz, worauf wir jetzt dabei achten müssen, weil die Sonde, wenn ich mir das so anschaue, die kannst du ja mal vielleicht hier zeigen. Die ist natürlich etwas länger als das, was dieser Tank hergibt. Die ist länger. Das heißt, wir müssen die definitiv kürzen. Zuerst bevor wir die kürzen, holen wir aber dieses Loch in den Tank, damit wir das genaue Maß haben. Ansonsten haben wir vielleicht ein bisschen zu lang, dann müssen wir noch mal sägen oder haben es ganz blöderweise sogar zu kurz. Und das wäre doof. Weißt du, wie viele Millimeter vom Boden des Tanks man den kürzen sollte? Also wie viel sollte er weg sein? Vom Boden sollte der ca. 10 bis 20 Millimeter entfernt sein, sodass man einen kleinen Kuffer unten immer hat. Okay, verstehe. Das heißt, jetzt müsste man eigentlich messen von der Unterkante des Sensors bis zum Boden und dann die Höhe aber im Tank. Und wenn man jetzt sieht, wenn ich jetzt hier reinschaue, dann kann man erkennen, dass das etwas schwierig ist. Man kommt gar nicht an die Oberseite des Wassertanks dran, sodass man die Höhe jetzt so gar nicht genau ausmessen kann. Genau. Deshalb erst das Loch bohren, dann durch das Loch abmessen und dann abkappen. Sabrina, was brauchen wir jetzt an Werkzeug dafür? Also einen Akku-Bohrerschrauber, wo wir dann einen Kegelbohrer draufsetzen. Da haben wir jetzt einen, der geht bis 42. Wir brauchen 38. Ich sehe jetzt hier gibt es 39 drauf. Das heißt, ich darf natürlich nicht ganz bis zur 39 bohren. Ja, versuchen wir mal unser Glück. Gibt es da einen Trick, wie man das vielleicht dann besser säen kann? Also entweder man klebt es ab, aber da es jetzt schon fast ganz oben ist, denke ich, wird es auch so gehen. Okay, dann würde ich sagen, starten wir mal und gucken, dass wir das Loch da reinbekommen. Jetzt müssen wir irgendwie bestimmen, wie lang diese Elektrode sein darf, also die zwei Stäbe. Einmal ist es ja so ein Ummanteltar-Edelstahlstab und das andere ist ein Edelstahlstab, den muss jetzt gekürzt werden auf die Höhe des Wassertanks. Also dazu Zollstock und wir gehen in unser Geburtesloch bis auf den Boden und messen dann vom Boden Wassertank bis Oberkante. Und das sind 19, also ich mache das ganz genau, penipels genau, 19,2 Zentimeter, genau. Das heißt, 10 Millimeter, zwischen 10 und 20 Millimeter muss es ja Luft haben, das heißt, das muss ich abziehen. Ich würde das jetzt auf 17,5 kürzen, dann liegen wir genau zwischendrin. Okay, kannst du uns vielleicht nochmal kurz erklären, was du jetzt da machst, genau? Genau, also diese Elektroden hier, die zwei, die werden gekürzt auf diese 17,5 Zentimeter und zwar gemessen ab diesem Ring. Dieser Ring, der liegt... Die Unterkante des Rings, weil die oben aufliegt. Genau, die liegt auf dem Wassertank, deswegen habe ich auch die Oberkante zum Messen benutzt des Wassertankes. So habe ich dann auf jeden Fall diese richtige Länge von 17,5 Zentimeter. Da ist jetzt ja so ein Silikonschuh drüber, den muss man glaube ich dann abmachen, wenn ich das gelesen habe und hinterher dann wieder aufsetzen, weil die eine Seite ist ummantelt und die andere Seite nicht ummantelt. Das Funktionsprinzip dazu ist ja, dass da im Prinzip so eine Art Kondensator aufgebaut wird über das Wasser, was dann diese beiden Elektroden umschließt und dann wird der Widerstand ermittelt. Und dieser Widerstand wiederum, der führt dann dazu, dass man die Füllhöhe ermitteln kann. Das vielleicht noch als technische kleine Information bezieht. Okay, gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Werk und kürzen das Ganze. Was machst du jetzt? So, ich habe mir jetzt die Sonde hergelegt, Stockmaß, ich führe das an den Ring an und messe jetzt hier meine 17,5 Zentimeter. Da vielleicht noch als kurze Anmerkung, die Sonde, die gibt es auch in einer Version, die von 12 bis 24 Zentimeter geht. Wir haben jetzt hier die Variante 15 bis 50 genommen. Wir hätten natürlich genauso auch bei der Tankhöhe, die wir haben, beispielsweise die 12 bis 24 annehmen können. Aber so sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Als nächstes machst du jetzt was? Dann mache ich die Kappe ab. Dann haben wir eine andere Seite müssen. Die beiden Stäbe dort, also die Edelstahlstäbe, die müssen den gleichen Abstand, also die gleiche Höhe haben, die gleiche Länge besser gesagt. Jawohl. Deshalb auch 17,5. Kann man ja vielleicht auch abkleben dann oder was anderes dann verwenden. Nachdem du das Ganze jetzt gekürzt hast, müssen wir als letztes was noch tun hier? Diese Silikonkappe stecken wir jetzt wieder hier auf den silikonierten Stapel, wenn man das nennt. So. Okay. Drauf ist es. So sieht es aus. Ich denke, ganz okay. Um jetzt die Füllhöhe auch an dem Sensor, also sprich dann entsprechend den Widerstand auf 1 zu stellen, seht ihr hier eine Skala mit Werten zwischen 15 und 50 Zentimeter. Und damit stellt er diese Tankhöhe ein. Unser Tank hatte eine Höhe, Sabrina, von 19 Zentimeter gewesen. Das heißt, wir müssen irgendwo zwischen die 15 und die 24, also leicht unter den mittleren Balken dort. Dazu seht ihr, auf der rechten Seite ist dieser Poti hier. Und diese zwei Punkte, die dort angezeichnet sind, die haben wir jetzt auch schon mal so darunter gemacht, so ganz leicht unter diese 15. So müsste er jetzt eigentlich richtig eingestellt sein. Man kann das hinterher, wenn er voll gefüllt ist, kann man das ja nochmal nivellieren. Das heißt, wenn man den Tank voll und dreht an dem Poti so lange, bis man die 100 Prozent dann auch wirklich hat in der Software. Das sieht man dann über die Software. Aber ich würde das mal als Basiseinstellung das so belassen. So, als nächstes möchtest du jetzt doch den Sensor einbauen, nehme ich mal an. Dazu haben wir diese eine, diese Kontermutter dort und zwei Dichtungen. Eine kommt oben, eine unten hin. Ist das jetzt schwierig? Hätte ich das vielleicht auch schaffen können? Also bestimmt hättest du das auch schaffen können. Also das kriegt wirklich jeder hin. Wenn ich das hinkriege, kriegen das auch andere. Okay, gut. Danke dir. Vielmals auch für die Unterstützung. Nächstes Mal darfst du auch wieder Kamerafrau sein oder auch gerne vor der Kamera stehen, so wie du möchtest. Ja, dann bin ich Kamerafrau. An dieser Stelle nun zurück im Studio. Jetzt auch wieder mit einer etwas besseren Audioqualität und auch vielleicht Bildqualität. Ich bitte entschuldige, dass das Ganze vielleicht von der gewohnten Qualität etwas abweichend ist. Aber ich habe lediglich ganz einfache Mikrofone auch für den Außenbereich. Und natürlich nicht so ein Setup, wie ich jetzt hier in meinem Studio habe. Ich denke, das, was man sehen hat, hat müssen. Das konnte man sehen. Auch an der Stelle nochmal herzlichen Dank an meine lieben Frau. Ohne deine Hilfe hätte ich das nicht geschafft. Das ist toll, dass du mir da geholfen hast und mich da unterstützt hast dabei. Sowieso unterstützt sie das auch immer und immer wieder. Alleine aufgrund der Zeit, die man für diese Videos auch aufbringt. Wirklich herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle. Eine Kleinigkeit möchte ich euch vielleicht noch zeigen. Und zwar an der Stelle hier. Das sind die Belüftungsrohre. Und da habe ich vor, unten durch den Schrank durch die Spannungsversorgung herzuholen. Weil dort sind es dann irgendwo im Schrank, dann auch weiter hier vorne, dann die 12-Volt-Verteilung. Das werde ich sie direkt abgreifen. Für das Video werde ich jetzt die 12-Volt mit einem Steckernetzteil herstellen. Ihr müsst bei euch schauen, wo bekommt ihr die 12-Volt her. Das sollte im Camper in der Regel aber kein großes Problem sein. Und jetzt gehen wir weiter im Kontext und schauen uns erstmal ein bisschen Software an, bevor wir uns dann die Verdrahtung angucken. Als nächstes wollen wir jetzt das Add-on ESB Home installieren. Dazu gehen wir zu Einstellungen, Add-ons, gehen auf Add-on Store und suchen hier einfach nach ESB Home. Dort findet man das auch schon, drückt da drauf und klickt auf Installieren. Nachdem man das installiert hat, macht man auch den Watchdog an. Man kann auch die automatischen Updates einschalten und in der Seitenleiste anzeigen. Vielleicht noch eine kleine Nebeninformation. In der Konfiguration unter den nicht verwendeten optionalen Konfigurationen gibt es dieses UsePink-For-Status. Das ist, wenn ihr euer Device, euren ESP, also euren Atom Light oder ESP Home oder was auch immer ihr habt, anschließt, dann versucht ihr über einen DNS-Namen das aufzulösen und auch zu finden. Habt ihr damit Probleme, dann würde ich euch empfehlen, dieses Häkchen zu setzen, weil dann versucht ihr das über den Pink-Status, also über die IP-Adresse, dann auch zu verifizieren. Das macht es unter Umständen einfacher, falls ihr da Probleme mit habt. Das nur als kleiner Hinweis. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen und natürlich auch, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Nun, weiter im Kontext. Dann gehen wir wieder auf Informationen und starten uns das ESP Home. Jetzt wechseln wir einmal kurz die Instanz, weil ich möchte das direkt nicht in meiner Testumgebung haben, sondern in meiner Realumgebung. Deswegen nicht irritiert sein. Hier habe ich schon einige Sensoriken, die gerade off sein sind. Einer ist online, aber das tut nicht zur Sache. Was wir machen müssen, ist, wir klicken jetzt hier auf New Device, sagen Continue und geben jetzt einen Namen dafür ein. Und wir wollen das nennen Füllstand Camper. Sagen Next, machen jetzt ganz wichtig dieses Häkchen hier unten weg, Use Recommended Settings. Allerdings, wenn wir jetzt hier drauf klicken, bekommen wir deswegen auch eine Auswahl an den Geräten. Ich weiß nicht, ob das zwingend notwendig ist oder ob der generische Typ dann reichen würde. Mir ist es lieber, ich wähle direkt aus, welches Device ich habe. Und ich habe jetzt hier einen M5-Stick at home. Den wähle ich aus und sage Next. Dann macht er einen Encryption Key und ich sage Install. Den Encryption Key, den können wir uns nachher auch nochmal anschauen. Jetzt will ich das Ganze manuell downloaden, weil auf dem Atom hier ist ja bis jetzt noch nichts drauf. Da müssen wir jetzt überhaupt erstmal eine Basisversion drauf bekommen. Das tun wir jetzt in dem Fall. Und jetzt dauert das eine ganze Weile, also nicht irritiert sein. Das kann ein paar Minütchen dauern, bis er das alles kompiliert hat. Und dann macht er automatisch einen Download. Und dieses Download-File, das brauchen wir dann gleich. Ist das Ganze kompiliert, kommt hier eine Meldung, in welchem Format wir das haben wollen. Wir wollen das natürlich im modernen Format haben, weil wir das mit ESP Home Web nachher flaschen wollen. Das heißt, wir klicken hier drauf und jetzt lädt er uns das auch hier runter. Das ist füllstandcamperfactory.be. Hier ist es jetzt und damit werden wir jetzt weiterarbeiten. Als nächstes gehen wir zu der Seite web.esbhome.io. Dort erscheint jetzt so eine Meldung hier, dass man das verbinden kann über den Browser. Wichtig ist, dass ihr ein Chrome oder Edge nehmt. Ich glaube, Firefox wird genauso gehen. Das kann ich jetzt nicht sagen, habe ich nicht probiert. Aber mit Chrome und Edge funktioniert es auf jeden Fall. Und drückt dann normalerweise auf Connect. Aber dafür müssen wir uns ja natürlich zuerst verbinden. Das heißt, wir verbinden jetzt an dem PC, wo wir uns gerade befinden, wo wir diesen Webbrowser geöffnet haben, nehmen wir diesen Atom-Light und nehmen ein USB-C-Datenkabel und verbinden das mit dem Atom-Light. Wichtig ist, ein USB-C-Datenkabel zu nehmen, sonst geht das nicht. Das sollte dann so in etwa aussehen. Ihr habt euer USB-C-Kabel und hier den Atom-Light. Den habt ihr jetzt verbunden. Wenn ihr nun auf Connect drückt, dann taucht ihr auf USB-Serial-Port COM3. Bei Mac wird es so sein, dass wenn ihr das macht, dass der auch schon direkt der Name M5-Atom-Stack oder ja, ich glaube Atom-Light. Ich kann es jetzt nicht genau sagen. Entweder steht da M5-Atom-Stack oder Atom-Light sogar auch schon. Das weiß ich nicht. Könnt ihr mir gerne in den Kommentaren nochmal hineinschreiben. Dann klickt er hier drauf und sagt Verbinden. Und jetzt wollen wir nicht Prepare for First Use machen, sondern wir wollen installieren. Das heißt, wir klicken Install, sagen hier Datei auswählen und dort ist jetzt auch schon die Datei, die wir runtergeladen haben und sagen Install. Das dauert jetzt auch wieder so ein, zwei Minuten, bis er das Ganze geflasht hat. Vielleicht noch ganz wichtig als Erwähnung, ihr könnt natürlich auch Prepare for First Use machen. Dann erscheint bei euch im ESP Home ebenfalls das Device. Ich finde es nur so geschickter, weil so die ganzen Dinge, die mit Home Assistant direkt verknüpft sind, auch schon dort hinterlegt sind. Das heißt, die ganzen Grund-Settings wie Secrets und sowas sind alle schon darüber auch eingetragen. Ihr müsst keinen WLAN mehr einstellen. Das habt ihr ja schon im ESP Home unter den Settings vorhin beim Create Device auch gemacht. Wenn er fertig ist, kommt Configuration installed. Wir sagen Close und sind jetzt hiermit auch schon fertig. In unserem Home Assistant gehen wir auf Close. Und jetzt sollte auch normalerweise auch schon hier Füllstand Camper auch kommen. Das kommt auch schon. Es taucht hier auf. Wenn wir das Device jetzt einmal ausstecken und wieder anstecken, dann wird es auch hier sofort auf Online gehen. Damit haben wir den ersten Teil auch schon erledigt. Jetzt wollen wir ja das Analog-Signal auslesen von diesem Sensor, also auf diesem ADC G33. Dazu begeben wir uns jetzt auf die ESP Home I.O. Dokumentationsseite. Wir wollen ein Analog-Signal einlesen, also tippt hier ein Analog. Und dann ist jetzt auch schon der dritte Eintrag von oben, Analog to Digital-Sensor. Und hier steht auch schon drin, was wir eigentlich tun müssen. Und das kopieren wir uns einfach hier heraus. Gehen wieder zu unserem ESP Home. Gehen zu diesem Füllstand Camper auf Edit. Und setzen nun unter dieses ESP32-Typ Arduino über Locker, kopieren wir das Ganze herein. Haben jetzt hier Plattform ADC und tragen jetzt an der Stelle unseren PIN ein. Das ist der GPIO32. Als Name nehmen wir jetzt hier Füllstand Frischwasser. Update-Intervall, damit wir gleich was sehen können, machen wir auf eine Sekunde. Wir sagen Save und Installieren. Sagen jetzt, wir wollen Wireless installieren. Jetzt kompiliert er das Ganze und dürfte uns das jetzt auch auf dem System hier drauf kopieren. Jetzt hat das alles soweit funktioniert. Er hat hier den Upload durchgeführt und sagt jetzt, er startet jetzt das Ding neu. Und wir sehen, okay, er ist verbunden und wir kriegen jetzt hier einen Wert von 0,0750. Ist ja logisch, es ist jetzt auch noch nichts an dem System angeschlossen. Wir drücken auf Edit. Gehen zunächst mal unter Einstellungen auf Geräte und Dienste. Und sehen jetzt hier auch schon, dass ein neuer Sensor entdeckt wurde. Wir sagen Konfigurieren. Wir wollen ihn hinzufügen. Gehen auf Absenden. Den Bereich könnt ihr dann halt zum Beispiel auf Camper setzen. Und haben jetzt hier fünf Geräte in meinem Fall. Wichtig ist für uns der Fisch und Camper. Und hier mit diesem 0,08 Volt, den er uns jetzt hier anzeigt, weil ja nichts angeschlossen ist. So, als nächstes schauen wir uns mal die Verkabelung an. Jetzt wollen wir echte Werte von diesem Sensor hier generieren. Und dafür müssen wir folgendes tun. Wir müssen zunächst mal 12 Volt uns irgendwo her organisieren. Dafür werde ich jetzt ein Schaltnetzteil nehmen. Wir werden diesen DC-DC-Converter, diesen Bug-Converter brauchen, damit wir aus den 12 Volt uns sauberer 5 Volt machen. Diese 5 Volt führen wir dann auf den Turm Light. Und die 12 Volt, die greifen wir uns ab, um den Sensor an sich, den hier zu versorgen. Weil der wird mit 12 Volt betrieben. Plus und Minus. Und als letztes brauchen wir noch die Messleitung. Das ist diese grüne hier. Und diese wird verbunden mit dem G33, den wir gerade konfiguriert haben. Ich habe uns jetzt drei Jumper-Kabel vorbereitet. Jeweils männlich auf männlich. Und diese werden wir nehmen und werden zunächst mal Minus auf Minus machen. Der unterste drin hier. Der hier. Und Plus ist direkt der einen da drüber. Also machen wir Minus hier rein. Ich drehe es mal um, damit wir es besser sehen können. Plus im nächsten Reim. Und für die Messleitung hatten wir gesagt, nehmen wir den hier, den G32 und machen unsere grüne Messleitung bei G33. Wenn ihr wollt, könnt ihr später auch noch ein bisschen Heißkleber nehmen, um das zu fixieren. Oder aber ihr nutzt, wie schon erwähnt, den Stecker, der jetzt hier vorne ist, den ich jetzt leider noch nicht bekommen habe. Als nächstes wollen wir jetzt die 5 Volt, also gelb von diesem Bug-Konverter und schwarz von dem Bug-Konverter mit diesen beiden Drähten, rot und schwarz, die wir jetzt gerade, die Jumper-Kabel, die wir jetzt gerade gesteckt haben, wollen wir die verbinden. Dafür nehmen wir die Klemmen hier und verbinden diese miteinander. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben rot mit dem Plus-Ausgang, also diesem gelben Ausgang von dem Bug-Konverter verbunden, der hier. Der Bug war dieses Gerät hier. Wir haben schwarz mit Minus von dem Bug-Konverter verbunden, auf so eine extra Vakuum-Klemme. Und wir haben die Messleitung, die grüne Leitung, mit dem Messausgang G33 von dem Atom verbunden. Ich habe mal ein wenig rausgezoomt, sodass man es noch besser erkennen kann. Das heißt, hier habe ich den Sensor, dann habe ich diese drei Vago-Klemmen, einmal mit Plus und Gelb, mit Minus, beiden schwarzen hier in dem Fall, und die Messleitung an der Stelle grün auf grün. Was jetzt noch fehlt, sind die 12 Volt vom Sensor und die 12 Volt von unserem DC-DC-Konverter, den wir hier haben. Die müssen wir jetzt noch mit einem Netzteil verbinden, oder ihr könnt die bei euch im Camper natürlich direkt miteinander verbinden. Da Amazon leider meine Vago-Klemmen nicht mehr geliefert hat, ich bräuchte jetzt hier nämlich so eine, wo ich die beiden Plus nochmal miteinander verbinden kann, plus das, also drei Polig jeweils für Plus und Minus. Also drei Klemmen habe ich leider nichts mehr da gehabt und Amazon hat, wie gesagt, das Paket anscheinend nicht mehr gefunden heute im Wagen, sodass ich jetzt leider auf Lüster-Klemmen zugreifen musste. Also das macht ihr natürlich später anders, ihr nehmt dann auch solche schönen Vago-Klemmen, die dann auch in der Stückliste mit enthalten sind. Ich habe jetzt Plus die Versorgung mit einem Steckernetzteil, 12 Volt verbunden, das macht ihr im Camper, greift das natürlich anders ab, entweder über 12 Volt Stecker oder ihr greift es direkt irgendwo ab. Ihr habt da garantiert unterschiedliche Möglichkeiten im Camper. Und Minus genau das gleiche. Dann werden die beiden hier nochmal gekoppelt, dass der Sensor da ebenfalls mit dran hängt, nämlich das Weiße ist Plus, also Weiß kommt jetzt hier auf die Plusleitung von dem hier und dem Stecker, den wir hier haben. Und Minus ist in dem Fall Braun und Braun geht dann hier ebenfalls auf das Minus. Damit habt ihr den Sensor dann mit 12 Volt versorgt. Der braucht auch nur ganz wenig, 0,2 Ampere, meine ich, waren es gewesen. Damit haben wir das Ganze jetzt verknüpft und verbunden. Ich stecke das Ganze jetzt einfach mal ein. Wir brauchen jetzt kein USB-Kabel mehr, der sollte sich jetzt dann direkt auch verbinden. Als nächstes würde ich euch empfehlen, zunächst einmal die IP-Adresse in eurem Router hier zu suchen, die das Gerät hat, die dieses Device hat. Also hier Füllstand Camper habe ich hier danach gesucht. Das hat jetzt hier die 156, 101.156 und diese solltet ihr unbedingt reservieren. Und dann werden wir auch eine statische IP vergeben. Mir ist es immer lieber und sicherer. Unter Umständen braucht ihr das nicht tun, aber ich mache es Fixed Address, 101.156 und Apply Changes. Damit haben wir das im Router festgelegt. Jetzt möchte ich das Ganze aber im ESB Home auch noch festlegen. Dazu gehen wir wieder zurück zu ESB Home. Wir suchen nach Manual IP. Das heißt, wir wollen eine manuelle IP eintragen. Kopieren uns diesen Part hier raus. Gehen wieder zurück zu unserem Sensor, zu unserem Atom Light im ESB Home. Entschuldigung. Gehen auf Edit. Und fügen hier unter Wifi das ein, was wir uns gerade kopiert haben. Ergänzen jetzt die, oder korrigieren jetzt die IP-Adresse. Das Gateway tragen wir ein. In meinem Fall ist es die 101.1. Der Rest bleibt gleich. Ich sage Save und Install Wireless. Und er installiert das Ganze. Das hat den Vorteil, dass sich jetzt nun nicht mehr die IP ändert und der DRCP-Server diese IP-Adresse auch nicht mehr vergibt. Kann ich nur wärmstens empfehlen, sowas immer zu machen. Sonst sucht man sich hinterher irgendwann mal dumm und dusselig, wenn die IPs weg sind. Meistens verschiebt man das. Jetzt haben wir hier Werte, die auch von dem Sensor kommen. Ich schalte mal die Finger dran. Zunächst passiert erstmal noch nichts, was aber auch erstmal noch richtig ist. Jetzt habe ich den Sensor mal in eine Wasserflasche getan, sodass wir hier auch einfach dann mal andere Werte bekommen, damit er auch dann jetzt den Ausgang belegt, also sprich von 0 bis 2,2 Volt entsprechend aufteilt. Die Flasche ist nicht ganz befüllt, sodass jetzt hier der Oberbereich noch leer ist. Das heißt, ganz auf 100% sollten wir nicht kommen. Und es gibt noch eine Kleinigkeit auch gleich zu beachten. Aber jetzt seht ihr, das Ding ist jetzt im Wasser. Das heißt, es sollte jetzt auch andere Werte als diese 0,0 noch irgendwas dann liefern. Dazu können wir jetzt auch schon mal in unsere Einstellung gehen. Geräte und Dienste und ESP Home und unseren Füllstand Camper mal aufrufen. Und jetzt sehen wir schon, steht hier irgendwas mit 1,05 Volt. Okay, ich mach den mal raus. Jetzt ändert sich was, aber irgendwie 0,44, 0,78, müsste ja doch eigentlich mehr sein als 1, und, würde ich jetzt mal behaupten. Das ist auch so. Dazu gehen wir wieder zu unserer Seite hier und sagen nochmal analog, weil da gibt es noch etwas zu beachten. Analog zu digital. Und wenn wir jetzt hier schauen, gibt es einen sogenannten Attenuation Option. Und die, wenn man hier drauf klickt, die sagt an, was kann denn überhaupt dieser Eingang, dieser AD-Eingang, den wir haben. Wenn man jetzt hier schaut, stellt man fest, dass ein normaler ESP 8266 von 0 bis 1 Volt einlesen kann am ADC. Wir haben aber ein ESP 32 und dieser ESP 32, der kann von 0,075 bis 3,12 Volt lesen. Bedeutet aber, dass wir diese Attenuation Option hier setzen müssen. Und zwar 0 dB ist, wenn wir bis 1 Volt wollen, 2,5 dB bis 2,2 Volt und 6 dB bis 3,12 Volt. Es gibt aber auch die Methode, Attenuation Auto zu setzen. Und das werden wir jetzt einfach mal probieren, ob das nicht funktioniert. Wenn ich ehrlich bin, ich habe das davor immer manuell gesetzt, aber es interessiert mich gerade selber. Und ich denke mal, falsch machen können wir nichts. Ich habe das eingefügt, wir gehen auf Save und wir sagen Install. Jetzt können wir im Block schon sehen, dass wir diese 1,763 Volt haben. Wenn wir uns jetzt noch in Erinnerung halten, wie jetzt der Sensor ungefähr eingestellt war. Ich mache mal ein bisschen weiter raus. Dann sieht man, wie sich die Werte auch verändern. Alles schön und gut, ist aber immer noch nicht schön, weil wir wollen ja vielleicht das Ganze irgendwie anders auch dargestellt haben. In Prozent und das Ganze soll vielleicht auch linear skaliert sein. Und dafür gibt es bei ESP Home auch sogenannte Filter. Wie man da jetzt hinkommt zu den Filtern, da empfehle ich euch einfach über dieses Analog zu Digital auf Sensoren zu gehen. Dann sieht man schon, ah, hier steht auch was von Filter. Und dann guckt man hier einfach mal weiter bei Filters und findet hier die Sensorfilters. Und hier steht jetzt auch drin, welche Filtertypen es gibt. Die sind jetzt auch hier nochmal erläutert. Calibrate linear ist das, was uns interessiert. Und wir kopieren uns dieses Beispiel hier oben einfach raus. Calibrate linear. Den Rest brauchen wir nicht. Hier kann man Offset einstellen oder Multiplizierung, also mit dem Faktor multiplizieren. Aber das brauchen wir nicht, weil wir haben jetzt den Wert schon in der Größenordnung. Hätte man jetzt nur von 0 bis 1 Volt, könnte man jetzt zum Beispiel noch damit multiplizieren, um das Ganze einfach zu strecken. Okay, wieder zurück zu unserem ESB Home. Fügen wir jetzt an der Stelle hier die Filter ein. Und jetzt seht ihr, ist das hier auch rot hinterlegt, weil die müssen eingerückt werden, und zwar bis unter dieses Update, das wir da sind. Und dann kommt hier eine weitere Zeile, und dann kann das wieder eingetragen werden. Wir löschen jetzt Offset und Multiplier. Wir sagen jetzt Calibrate linear. So, und das Erste, was wir haben, ist hier die 0,0 Volt, und das sind für uns im Prozent 0%. Dann haben wir die 2,2 Volt, was das Maximum ist, und das sind dann für uns 100%. Also tragen wir hier eine 100.0 ein. In der Mitte haben wir 1,1 Volt, und das sind genau 50%. Also hier kann man dann auch die Gewichtung noch ein bisschen anders verteilen. Wenn jetzt zum Beispiel 1,1 Volt 60 wäre, weil er nicht linear wäre, dann könnte man in dem Bereich es etwas anders shiften. Brauchen wir nicht. Das Nächste, was wir noch brauchen, ist in unserem Fall allerdings die Unit of Measurement, weil wir wollen im Prozent messen. Das heißt, wir tragen jetzt hier noch ein Unit of Measurement. Er gibt uns das gleich auch vor. Und wir sagen jetzt nicht hier, in Anführungsstrichen Prozent. Und dann können wir uns noch ein schönes Icon aussuchen, zum Beispiel Icon Doppelpunkt MDI Water. Das ist so ein Wasserhahn. Auf der Seite pictogrammers.com kann man auch diese Icons finden. Wenn wir zum Beispiel nach Water Pump suchen, dann finden wir jetzt hier dieses Icon, das ich genommen habe. Das kann man sich dann auch entsprechend kopieren. Hier ist dann halt auch das nochmal erläutert, wie das Ganze geht. Also MDI Water minus Pump. Also da könnt ihr euch beliebig raussuchen. Habt da so jede Menge Möglichkeiten, das zu verwenden. So, das haben wir jetzt getan. Wir sagen Save und Install Wireless und schauen uns das Ergebnis an. Er ist fertig und zeigt uns hier auch schon Werte an. Ich werde mal die Flasche daneben hier raus machen. Ganz raus. Ein bisschen rein. Seht, das geht eigentlich ziemlich gut. Den Feindschrift macht man dann im Tank, wo wir das dann über den Poti noch ein bisschen nachjustieren. Aber hier sieht man schon, dass es eigentlich eine ziemlich gute Sache ist. Das funktioniert. Man könnte jetzt vielleicht noch filtern. Das zeige ich euch auch nochmal. Wir gehen auf Edit. Und nun möchte man vielleicht einen Mittelwertfilter, dass die Werte nicht so schwanken. Oder einen Medianfilter. In dem Median ist, dass wenn ihr drei Werte habt, oder fünf oder sechs Werte, wie je nachdem, wo ihr den Median hinlegen wollt, dann habt ihr zum Beispiel vier, fünf, fünf, sechs, sieben, acht. Dann würde er sich in der Mitte legen. Dann würde er in dem Fall die fünf nehmen. Also immer das auflisten und geht dann in der Mitte der Aufreibung. Habt ihr eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann wird er bei drei dann halt sein. In unserer Doku sehen wir hier auch schon wieder ein Beispiel. Das kopieren wir uns einfach wieder raus. Fügen uns das hier ein. und schauen, dass das Ganze richtig eingerückt ist. Dass diese Bindestriche untereinander sind. Da ist Jamel sehr, sehr empfindlich. Da achtet bitte drauf. So, jetzt ist die Filter Size, also die Anzahl der Werte, die er zum Filtern nimmt, fünf. Er soll die alle fünf schicken und Send it first, also das erste, dann halt direkt schicken. Also jetzt sagt er, alle fünf Werte soll er schicken. Die Size ist fünf, was ja auch dann Sinn macht. Und er soll den ersten allerdings schon sofort schicken. Wir installieren das Ganze und schauen uns das an. Jetzt ist das Intervall etwas geringer geworden, aber die Werte sind vielleicht auch noch ein bisschen stabiler. Da könnt ihr ja ein bisschen mit rumspielen, bis ihr dann zufrieden seid. Also ich würde jetzt auch kein Update-Intervall von einer Sekunde machen, weil das interessiert nicht beim Wasser. Da reicht mir im Prinzip schon fast jeder fünf Minuten oder drei Minuten dann halt aus. Da müsst ihr schauen, was für euch die sinnvollsten Werte sind. Jetzt ist vielleicht noch eine nette Geschichte zu wissen, wie denn überhaupt so die Verbindungsqualität ist. Dazu geht wieder zu eurer ESP Homepage. Dokumentationsseite und tippt dort mal einfach Wi-Fi-Signal ein. Und dann kann man sich einen Wi-Fi-Signal-Sensor generieren. Dazu nehmen wir einfach die Sachen hier und kopieren die uns raus. Und zwar wird da das Signal in dB ausgegeben und er macht auch noch eine prozentuale Umrechnung dazu. Das heißt, das können wir uns komplett kopieren, wie es ist. Gehen jetzt an der Stelle hier hin und fügen uns diesen Sensor ein. Jetzt hier den Sensor wegmachen, weil wir haben hier oben ja schon Sensor stehen. Wir haben jetzt einen Wi-Fi-Sensor. Den Rest kann man eigentlich lassen, wie er ist. Wir sagen Safe, Install und Wireless. Gehen wir jetzt unter Einstellungen, Geräte und Dienste und Geräte und schauen uns hier unseren ESP Home-Gerät an und den Füllstand Camper. Dann können wir jetzt hier die 78,57 Prozent sehen. Ich nehme den mal wieder raus. Ziehe ihn gerade ein bisschen hoch und machen wieder rein. Also das funktioniert wunderbar. Und habe jetzt hier an der Stelle noch die Signalqualität. Das sind jetzt hier 100 Prozent, die er auch an Signalqualität an der Stelle hat. Jetzt haben wir uns das noch schön anzeigen lassen. Zumindest, dass die Werte irgendwo dann auch so erscheinen, wie wir es in einem der vorherigen Videos hatten. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt in meiner Camper-Reihe, dann würde ich euch empfehlen, schaut es euch einfach mal an. Ihr findet das auch in Beschreibung und Code auf meiner Seite, auf meiner Blog-Seite. Die, die ich jetzt meine, wo auch erklärt wird, wie dieser Flurplan erstellt wird und wie man die Dinge dort einfügt, findet ihr in Home Assistant, Fensterstatus, Regenschutz, Einbruchswarnung für Camper und Haus mit Flurplan. Dort sind dann auch alle möglichen Erklärungen vorhanden. Auch mit dem Daniel habe ich da zusammen etwas gemacht von Smart Home Yourself. Also schaut euch dieses Video gerne an. Dann habt ihr auch diese Information noch. Ich gehe da jetzt nicht mehr im Detail drauf ein. Kommen wir zurück zu dem Wohnwagen. Hier gehen wir jetzt auf Bearbeiten und schauen uns mal an, was ich dort getan habe. Ich habe jetzt hier die Entität einfach bei einem neuen Typ eingefügt, Stage Batch und habe jetzt hier die Entität eingetragen, die wir angelegt haben vorhin. Der Name ist jetzt Füllstand. Den habe ich einfach abgekürzt, damit da nicht Füllstand Camper und sowas noch steht. Das weiß ich ja. Habe hier angegeben, dass der Name auch angezeigt werden soll. Also das ist hier unten drunter und kann den Style jetzt hier noch eingeben. Einmal die Background Color habe ich auf Blue gesetzt. Das ist die hier. Habe die Label Color, das hier, die Prozentenzeige, auf Weiß gesetzt. Text Color habe ich dann ebenfalls auf Weiß gesetzt. Habe den Batch auf den Rahmen hier auch davon, auf Schwarz gemacht. Und habe hier eine Breite, eine Titelbreite, die hier von 150 Pixeln angegeben. Hier gibt man die Position an und habe dann noch als Color Blue genommen. Das ist das, was ihr dann eintragen müsstet. Und dann habt ihr hier so eine Anzeige. Und wenn ich jetzt den Sensor verändere, müsste die sich auch ändern. Genau. Hat jetzt einen kleinen Moment gedauert durch diese Filterung, die wir da aktiv haben. Noch schöner wäre es jetzt, wenn man jetzt dann auch das Ganze farblich noch macht. Das kann ich gerne aber nochmal in einem anderen Video dann erweitern. Oder vielleicht habt ihr ja auch Ideen, wie man das erweitern kann und das schöner machen kann. Lasst es mich doch wissen und zeigt mir einfach eure Ideen dazu. Nun wollen wir ja noch eine kleine Automatisierung dazu machen. Wir gehen auf Einstellung, Automatisierung und Szenen. Sagen eine neue Automatisierung erstellen. Und als Auslöser soll uns eine Entität dienen, nämlich der numerische Zustand. Und zwar von unserem Füllstandsensor. Füllstand Camper hier. Und wenn dieser Wert unterhalb von, sagen wir mal, 20% jetzt hier ist, dann soll er uns triggern. Wir speichern das Ganze mal ab. Dann soll er uns eine Aktion ausführen und die Aktion soll sein notify.notify und als Nachricht gehen wir an. Achtung, Wasserstand ist niedrig. Bitte auffüllen. Der Titel der Beschreibung können wir auch hinzufügen. Wir testen das Ganze. Ich mache den Sensor mal so weit raus. Er hat ausgelöst. Ich habe eine Benachrichtigung bekommen, sowohl auf dem Handy als auch auf der Apple Watch. Jetzt könnte man natürlich auch noch dauerhafte Benachrichtigungen machen oder sich wiederholen, bis ich eine Aktion ausgeführt habe. Das kann aber auch Thema eines anderen Videos sein. Oder zeigt mir eure Automatisierung, die ihr damit gemacht habt. Jetzt bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, ich habe euch ein wenig damit weiterhelfen können. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben könntet und den Kanal auch abonnieren würdet. Ansonsten bleibt mir nichts mehr übrig, als zu sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal.